Es hat sich mehr als angedeutet und nun ist es offiziell, Hertha BSC hat sich von Trainer Taifun Korkut getrennt. Also nach 10 Spielen ohne Sieg hat sich Hertha nun dazu entschieden etwas zu tun. Man steht ja momentan auch auf einem Abstiegsplatz auf dem 17. Platz und muss irgendeine Reaktion zeigen und die Geschäftsführung hat sich jetzt dazu entschieden Taifun Korkut zu entlasten. Das heißt die zweite Trainerentlastung in dieser Saison, nachdem sie sich ja schon von Pahl Dardai auch schon getrennt haben. Und nun ist die Frage, wer folgt auf Taifun Korkut? Wir befinden uns hier auf der Hertha Website und nochmal die offizielle Bestätigung von dem Klub, nämlich Taifun Korkut ab sofort nicht mehr Cheftrainer. Nach intensiver Analyse und Bewertung der aktuellen sportlichen Situation hat sich die Geschäftsführung von Hertha BSC dazu entschieden. Taifun Korkut mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Cheftrainer der Lizenzmannschaft zu entbinden. Außerdem wird Aracic also nicht mehr Teil des Trainerteams sein. Und somit ist Taifun Korkut nicht mehr Trainer von Hertha BSC. Es war absehbar, es hat irgendwas passieren müssen in der aktuellen Situation von Hertha. Hertha ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde und spielt einen Fußball, den man nicht identifizieren kann. Das Spiel sogar führt momentan einen besseren Fußball und die sind eigentlich abgeschlagen Letzter. Und das sollte Hertha schon zu denken geben. Aber man muss auch ehrlich hinterfragen, was sich Hertha mit der Einstellung von Taifun Korkut gedacht hat. Nichts gegen seine Person und als Trainer, aber er ist nun mal kein Trainer, der wirklich Erfolg hatte in der deutschen Bundesliga. Und das zeigte auch jetzt, indem er die Mannschaft noch schlechter machte als unter Paldadei. Und das heißt schon was, denn auch unter Paldadei war die Mannschaft nicht sehr gut. Aber er konnte mal da hin und wieder mal ein gutes Ergebnis einfahren mit etwas Leidenschaft. Und Korkut hat es jetzt geschafft, diese Mannschaft noch schlechter zu machen. Und ich muss selber sagen, ich sehe keine Mannschaft mehr dort. Und vor allem als Hertha-Fan muss das momentan ziemlich schlimm sein. Denn während es zum Beispiel bei Stuttgart momentan noch die Hoffnung gibt, ja, die Mannschaft kann Fußball spielen. Es gibt so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Es ist bei Hertha momentan komplett am Boden. Freddy Bobic kommentiert die aktuelle Situation folgendermaßen. Wir stehen derzeit auf einem Abstiegsrang. Es bleiben noch acht Partien, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Dafür werden wir alles tun und wollen mit dieser Entscheidung unterstützen, dass alle Beteiligten nochmal intensiver für die Situation sensibilisiert sind. Wir setzen auf die positiven Effekte eines Neuanfangs. Wenn das nicht mal zu spät kommt, denn Hertha ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde mit Abstand. Und ist wirklich sowohl defensiv als auch offensiv einfach nicht existent. Wer jetzt der neue Trainer sein könnte, ist natürlich eine interessante Frage. Holen sie jetzt einen Feuerwehrmann wie einen Bruno Labbadia oder einen Palter hat er wieder zurück? Oder holen sie wirklich jemanden, der, ja, internationale Klasse hat? Oder zumindest einen gewissen Ruf, wie zum Beispiel ein Lucien Favre? Weiß man auch nicht. Die Hertha BSC-Führung wird sich auf jeden Fall jetzt zusammensetzen und etwas finden. Auf jeden Fall, viel Zeit gibt es nicht mehr. Und der neue Trainer muss auf jeden Fall einen Instant Impact haben. Also der muss sich sofort gleich reinfinden. Was haltet ihr von dieser Situation mit Hertha BSC und Taif und Korkut? Habt ihr diese schlechte Ergebnisfolge erwartet oder habt ihr da eine andere Meinung? Und wer glaubt, ihr wird der neue Trainer von Hertha BSC? Kann Hertha BSC den Klassenhalt schaffen? Gerne dazu eure Meinungen in die Kommentare. Und gerne auch den Kanal abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Und auch gerne bewerten das Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.